hallo los geht's willkommen zu unserem nextmove webcast folge nummer eins heute geht's los wir haben aufgebaut in unserem kleinen studio was wir extra eingerichtet haben wir haben also hier eine hübsche couch unser logo ein monitor ein bisschen licht und unseren max hinter der kamera der das ganze aufnimmt ich bin stefan ich bin der vor der kamera und wir wollen mit euch in interaktion treten zukünftig über spannende themen berichten die das thema elektromobilität betreffen über autos berichten eure fragen beantworten wir wollen zukünftig einmal in der woche live auf sendung gehen um auch sozusagen mit euch gemeinsam eine sendung zu gestalten eure fragen zu beantworten heute haben wir uns noch nicht getraut zum einstieg sind wir noch nicht live wir zeichnen auf ihr dürft uns gerne themen vorschlagen fragen stellen was ihr wissen wollt wo wir versuchen sollen im rahmen unserer möglichkeiten auch mal hinter die kulissen zu schauen vielleicht autos zu testen die meisten fahrzeuge haben wir im fuhrpark bei neuen fahrzeugen stehen natürlich tests sowieso auf dem programm aber vielleicht interessieren euch themen schreibt sie uns in die kommentare äußert wünsche auch zu interviews oder zu externen terminen was war für euch mal besuchen oder aufsuchen wollen da dürft ihr gerne mitwirken und ideen und vorschläge liefern was wir auch noch suchen ist ein name für unseren kanal webcast klingt ein bisschen hat uns noch nicht so überzeugt wir sind ein junges dynamisch frisches unternehmen wir wollen kreativ sein wir haben gute ideen mit dem was wir machen dazu kommen wir später noch und was den namen angeht waren wir noch nicht fündig geworden da dürft ihr gerne mal sagen was euch denn gefallen würde so wer sind wir ich will euch zunächst noch ein bisschen was erzählen zu unserer story was wir machen wie viele leute bei uns sind wie viele autos next move gibt es jetzt ungefähr einen monat sind wir mit der marke gestartet am start sind wir natürlich schon länger schon um die zwei jahre sind gestartet als zwei unternehmen die saix in anstatt und strominator in leipzig und haben dann vor über einem jahr unsere karten zusammengeworfen und gemeinsam unsere kräfte gebündelt waren am anfang ein ganz kleines team stehen jetzt bei ungefähr 25 leuten die teilweise begleitend sozusagen und unterstützend tätig sind also nicht alle im kern und tagesgeschäft aktiv aber das team ist inzwischen gewachsen und wächst auch weiter stellenangebote gibt es online wir suchen also auch noch verstärkung für unser team das foto hier hinter mir kommt jetzt zeigt unser unser team beim letzten team meeting hier in leipzig haben wir uns also alle getroffen die leute von den standorten und aus der ich nenne sie mal entwicklungsabteilung waren alle zusammen so eine meetings machen wir regelmäßig alle ungefähr zwei monate und wir haben auch schon eine idee für das naja ungefähr übernächste meeting dann dort werden wir die gelegenheit nutzen und die vw manufaktur in dresden wahrscheinlich besuchen und für jeden ein auto gibt es nicht aber zehn neue e-golf zum beispiel sollen im august noch in unseren fuhrpark kommen und die wollen wir gerne abholen gibt es einen 50 euro verzehrgutschein bietet sich also ein für ein next meeting für ein team meeting fahrzeuge ist es immer schwer eine aussage zu treffen weil ich komme gerade vom yundai-händler und habe wieder eingeholt wir stehen also aktuell bei 150 fahrzeugen und im laufe des monats mai werden aber noch weitere fahrzeuge dazu kommen dass wir im juni vermutlich schon bei 180 fahrzeugen im fuhrpark stehen werden wir sind dabei in deutschland weites standortnetz aufzubauen um in den großen städten vertreten zu sein aktuell sind wir präsent in leipzig in arnstadt in münchen in stuttgart in düsseldorf in hamburg und in berlin ich hoffe ich habe sie alle fahrzeuge immer das was spannend ist natürlich haben wir eine ganze menge an teslas in der flotte model s model x das sind ungefähr 35 40 fahrzeuge aber auch die topseller in der mittelklasse yunda ionic nissan lief sind bei uns stark vertreten natürlich auch renault natürlich auch die nummer eins in den letzten monaten in den zulassungs charts die smarts sind schon da werden auch ab oktober ungefähr auch mit 22 kw lader dann kommen weitere fortu und weitere fort fort dass wir da die standorte weiter ausbauen können mit auch smarts die schnell ladefähig sind wie lange mieten die leute bei uns wem vermieten wir unsere autos das ist sehr breit gestreut wir haben kommunen die bei uns mieten wir haben natürlich viele privatkunden wir haben leute die nur mal einen tag tesla fahren wollen weil sie es geschenkt bekommen haben oder verschenken wollen aber die meisten kunden ist es so dass wir uns als türöffner für die elektromobilität sehen das heißt wir haben das passende handwerkszeug für alle die nicht die möglichkeit haben so ein elektroauto mal im alltag auszuprobieren weil der händler im autohaus der will es im schlimmsten fall nach zwei stunden schon wieder haben und dann will er eine bestellung haben aber mal das auto mal eine woche im alltag im pendelbetrieb auszuprobieren die familien angehörigen mal damit fahren zu lassen das ist oftmals schwierig und diese lücke wollen wir gerne schließen noch dazu kennen wir die autos alle sehr gut ich will nicht behaupten dass wir sie besser als die händler in den autohäusern kennen oder als die verkäufer aber manchmal kriegen wir da auch den anruf aus dem autohaus wie ist denn das mit dem weil welche karte kann ich dem kunden empfehlen also nicht nur wenn es um die autos geht sondern auch um das thema öffentliches aufladen also den umstieg möglich machen das ist unsere mission auch in der langzeit miete haben wir viele kunden die auch diesen umstieg mit uns bestreiten weil sie halt noch nicht sich festlegen müssen auf dieses risiko möchte ich meine risikokaufentscheidung entweder kauf oder auch für drei jahren leasingvertrag einzugehen das ist manchmal noch nicht mehrheitsfähig in der familie oder im unternehmen und wer bei uns ein auto in die langzeit miete nimmt der kann es monatlich kündigen und damit kriegt man schon mal eher ein go vom chef oder von der ehefrau oder von wem auch immer wenn ich sage ehefrau dann hat das nichts mit vorurteilen zu tun sondern dann ist es aktuell hat der statistik dass die meisten unserer kunden aktuell männlich sind aber wir arbeiten daran dass wir auch mehr frauen in die autos kriegen was haben wir uns vorgenommen in unserem kanal wir wollen also über diesen webcast hinaus regelmäßig auch videos machen einige sind schon online also ein übergabe video des neuen lief einmal haben wir das design unseres voll folierten lief schon vorgestellt und wir wollen regelmäßig spannende themen filmig bearbeiten und umsetzen das heißt eben auto tests live videos also wenn wir mal längere strecken irgendwo hinfahren auch mal live auf sendung zu gehen wir wollen interviews führen mit spannenden leuten das heißt entweder hier in unserem studio werden wir uns leute einladen zum teil unsere mieter zum teil experten haben wir schon einige ideen wollen wir noch nicht alles verraten wir wollen auf events gehen und davon berichten das ist das was wir uns vorgenommen haben wenn du meinst du hast eine story zu erzählen und dein platz ist hier auf der couch dann darfst du dich auch gerne bewerben auch andere ich nenne sie mal youtuber sind eingeladen hier auf der couch platz zu nehmen wer dann mit wem das interview führt das müssen wir dann noch sehen so noch ein paar news der woche die wir auch besprechen wollen diese woche kam der trend monitor deutschland hat eine umfrage gemacht wie weit sind die deutschen denn wenn es um das thema elektroauto geht oder auch einfach nur was ist ihr nächstes auto wie werden die antriebsformen aktuell wahrgenommen umparken im kopf ist im vollen gange es war eine repräsentative umfrage unter privatpersonen was soll dein nächstes auto sein und die story oder nicht die story die klare aussage war der diesel ist tot nur noch fünf prozent sagen dass ihr nächstes auto ein diesel sein soll elektro ist schon bei acht prozent aber sehr viele sind auch noch unentschlossen dem die größten zukunftschancen sehen die leute bei elektro und hybrid zucker gleich gelagert mit 25 prozent und danach kommt der wasserstoff antrieb mit 18 prozent wir haben zu wasserstoff eine vorsichtig distanzierte meinung wir sagen hauptsache die energie kommt von sonne wind und wasser also die autos müssen regenerativ fahren das ist natürlich auch mit wasserstoff möglich aber energiewende wird halt schwierig wenn ich das auto nicht an der heimischen solaranlage aufladen kann und wenn die tankstelle eine million euro kostet das auto 30 prozent wirkungsgrad hat es nur auf vier sitzplätze gebracht hat und es aktuell vielleicht 50 tankstellen in deutschland gibt und mercedes seit 20 jahren prototypen auf der straße hat und noch kein serienfahrzeug oder zumindest kein großserienfahrzeug bereitstellen konnte sehen wir das thema kritisch elektromobilität oder das batterie elektrischer fahrzeug hat da eine ganz andere marktdynamik hingelegt in den letzten jahren dass wir aktuell schon eher den trend zum batterie elektrischen fahrzeug sehen was aber nicht heißen soll dass es auch nicht einsatzzwecke für wasserstoff betriebene fahrzeuge geben kann zum beispiel dort wo relativ viel energie gebraucht wird bei schweren nutzfahrzeugen zum beispiel wäre das durchaus auch eine technologie wo wir uns vorstellen könnten dass es gut passt weil dort auch ein bisschen mehr platz vorhanden ist im fahrzeug 40 prozent der potenziellen käufer sind bereit mehr geld auszugeben aber auch 82 prozent sagen dass das e auto noch zu teuer ist da sagen wir klar das sind die leute die kein haushaltsbuch schreiben wer also ein fahrzeug über mehrere jahre behält und seine ausgaben für das fahrzeug auch dokumentiert und nicht einfach nur das portemonnaie aufmacht und an der tanksäule den 100 euro schein rüberschiebt oder immer schon mit plastik geld bezahlt und dass die kostenposition auto in den monatlichen allgemeinen kosten verschwindet dann ist es schwierig zu wissen ist das auto wirklich teurer oder billiger oder welches auto ist wirklich teurer oder billiger man muss dafür schon seriöserweise eine vollkosten betrachtung über die angestrebte nutzungsdauer des fahrzeuges machen das hat mal einer gemacht der e-autos verkauft und zwar nicht nur e-autos sondern auch konventionelle antriebe der jürgen sangel hat es aufgestellt den hyundai ioniq mit einem vergleichbaren hyundai i30 sozusagen gleiche marke gleiches format ähnliche ausstattung verglichen wertverlust auf fünf jahre oder rückkaufs prognose in der finanzierung gegen laufende kosten in der versicherung in der durchsicht und natürlich auch die tankkosten sozusagen und da hat er den normalen strommix angesetzt und noch nicht wenn man tanken könnte mit solarstrom der ansonsten vielleicht ins netz huscht und da waren nach fünf jahren mal eben eine kostendifferenz von 7000 oder 7500 euro zugunsten des e-antriebes vorausgesetzt natürlich das nutzungsprofil passt das auto muss rollen also er hat 100.000 kilometer angesetzt das sind 20.000 kilometer im jahr das ist auch das was die meisten kunden bei uns ungefähr anfragen wenn sie ein e-auto in die langzeitmiete anfragen oder mieten wollen was gibt es noch neues der neue bmw i3x ich tue mich noch ein bisschen schwer mit den begriffen wurde vorgestellt nicht in deutschland sondern auf einer automesse in peking in china wurde das fahrzeug präsentiert es ist aktuell noch kein serienfahrzeug sondern eine seriennahe designstudie also so oder so ähnlich sollte das auto vermutlich kommen kommuniziert ist aktuell ein 70 kilowattstunden akku das fahrzeug soll schnell ladefähig sein mit bis zu 150 kW ladeleistung da liegen wir also im bereich 200 kilometer nein in der halben stunde das muss mehr sein 150 x 3 400 kilometer in der halben stunde das heißt eine vollladung in der halben stunde wäre dann möglich ist die frage bis zu welchem ladestand der akku den hohen strom verträgt das wird sich zeigen sind wir gespannt was da kommt allerdings gibt uns zu bedenken dass das auto in china produziert wird und zwar nicht alleine von bmw sondern in einer kooperation mit einem chinesischen hersteller wo wir natürlich daran zweifeln ist das auto überhaupt für den deutschen markt konzipiert oder soll es ein reines chinesisches modell werden in der aktuellen ankündigung haben wir nichts dazu gefunden marktstart soll schon 2019 oder 2020 sein weitere news was gab es noch in der woche ein kleiner stromer da gibt es ja einige im kleinstwagen segment ich denke an den ego live aus aachen der da kommt oder den mikrolinio aus der schweiz in mexico gab es einen kleinen stromer kleinstwagen zwei sitze 160 kilometer reichweite sind kommuniziert es wurde auch kommuniziert dass das auto nur von frauen produziert wird und das aktuell ein auto am tag vom band läuft kann man nicht sagen wenn es nur einer ist ja kuriose schlagzeile neue autos gibt es viele aber oder ankündigungsfahrzeuge aber das ist offenbar einer der schon gebaut wird 100 stück sollen dieses jahr noch kommen dann das große thema akkus und akku verfügbarkeit wie sichere ich als hersteller die produktion für die nächsten jahre ab zellfertigung in deutschland oder in europa ja nein bosch hat da gerade vor einigen wochen eine absage erteilt es gibt aktuell noch ein großes ringen wobei die großen eher mit sich selber ringen ob sie diesen schritt gehen sollen oder nicht ob sie das fertigungs know how haben das auf die beine zu stellen ob das geld die milliarden investitionen gut angelegt sind oder ob man lieber den weg eines zulieferers geht und sich möglicherweise in neue abhängigkeiten begibt da war im manager magazin kürzlich ein sehr interessanter bericht darüber wie überspitzt gesagt die zellhersteller die großen deutschen automobilhersteller durch die manege führen oder auch führen könnten konkret war ein beispiel genannt dass bei smart daimler gerne die produktion aufbohren würde um die lieferzeiten zu verkürzen und mehr elektrische smarts auf die straße zu bringen natürlich haben die ihre akkus irgendwann mal vor zwei jahren bestellt zu einem damals gültigen preis der preis wäre jetzt geringer sie wollten die bestellung gerne erweitern aber der zellenhersteller hat gesagt ja aber nur zum alten preis und da hat man wohl offenbar nicht zustande nicht zueinander gefunden und da sieht man schon jetzt bei wenigen hundert fahrzeugen im jahr das ist an dieser stelle knirscht und vw prüft es also nun offenbar ob man es nicht doch in die eigenen hände nehmen möchte so berichtet es zumindest die wirtschaftswoche in dieser woche in der aktuellen ausgabe für das erste sind wir heute schon durch halt zu den ankündigungen noch wir haben es schon abgedreht es ist aktuell noch im schnitt ein video ein erstes test einführungsvideo des neuen nissan leaf natürlich haben wir die assistenten die reichweite getestet den pro pilot getestet grob mal das schnellladen getestet und auch die performance 0 auf 100 getestet und haben da auch mal ein mikro nicht im innenraum des fahrzeuges wo der neue leaf sehr leise ist platziert sondern mal eins im motorraum des fahrzeuges 0 auf 100 mit sound ganz nah dran lasst euch überraschen bleibt informiert abonniert unseren kanal dann seht ihr wenn es draußen ist vielen dank für heute und ciao abonniere